Ja, und, äh, ja, mhm, das Spiel scheißt uns hier regelmäßig ab, aber das nehmen wir mal nicht so übel, immerhin ist es noch eine Beta, wenn das natürlich im Original noch so weitergeht, das ist natürlich boshaft, aber momentan ist das noch zu verkraften, ne Beta, wer sie nicht schon gezockt hat, weiß, dass sie abschmiert, ab und zu. So, wir nehmen auf, ja, wir nehmen auf, alles klar, wir müssen hier übrigens nach oben, deshalb, ach, das kostet auch noch was, egal, 14 Kupfer, was sollen wir damit, hallo, kriegen wir hinterhergeschmissen, Götterfälschen, zwei von 13 Runenplätzen haben wir, was ist das denn? Das ist irgend so ein, äh, also das sagt mir noch nichts, wir sagen jetzt die Herzchen was, dass wir da Ansehen erlangen müssen, und dann sagt mir diese Runenplätze was, aber was das hier für ein Quadrat ist, das sagt mir noch nichts, und das hier ist die Stadt. Nein, bitte, schmier nicht nochmal ab. Komm schon, tu es nur als Laden, ja, danke schön. Ja, Tag. So, wo müssen wir denn hier langen? Also, wir sollen hier jemanden treffen, trefft fahrenden Götterfälschen, um zu, äh, zu erfahren, warum er euch sprechen möchte. Hm. Willkommen zu Hause. Wann ist das? Möchtet ihr eure Geschichte fortsetzen? Willkommen zu Hause? Ja, Instanz betreten. Das scheint sogar das richtige Symbol zu sein. Willkommen zu Hause. Scheint so kapiteltechnisch zu sein. Mhm. Eine unendlich währende Geschichte. Wo sind wir? Ich sehe nichts. Ah. Wow. Hübsch. Hier drüben. Fürst Fahren. Ich verstehe. Das kommt mir seltsam. Was? Ah, der Stolz von Shemore ist wieder da. Kommt, seht nur. Alle Freunde und Nachbarn heißen euch zu Hause willkommen. Ein Festfahren? Für mich? Oder ist das nur ein Vorwand, eure Freunde zusammen zu trommeln und meinen Weinkeller zu plündern? Unsinn. Helden sind einfach sehr beliebt. Diese netten Leute wollten euch nur gratulieren und euren kühnen Sieg feiern. Und ihr bestandet darauf, dass meine feinsten Speisen und Getränke aufgetischt werden. Ihr habt es verdient. Trotzdem, das war nicht alles mir zu verdanken. Euer Personal war sehr hilfsbereit, sogar eifrig bemüht, den Ablauf zu erleichtern. Ich wünschte, meine Diener liebten mich nur halb so sehr. Aber ich bin eben auf andere Weise liebenswert. Je weniger Worte darüber, desto besser. Und jetzt hört auf zu feixen. Genießen wir meinen Entenbraten und meinen besten Brandy. Ente! Wie, dann war schon. Genießt das Fest. Sprecht danach mit Waren. Ah, hier ist das Fest. Tja, wir sind nämlich vom Anliegen gestanden. Wir sind nicht einfach nur ein Bauer. Aber Herren, ich präsentiere den Stolz von Schemur. So, Held, seid ihr bereit, Erstaunliches mitzuerleben? Tag, Wurzmark. Wer auch immer du bist, vergesst eure Sau, euch etwas zu trinken anbieten. Sparen hat ausdrücklich Befehl erteilt, dass ich mich meinen überwältigten Wundertaten erst beginnen soll, wenn ihr da seid. Möchtet ihr, dass ich mit meinem sagenhaften Auftritt beginne? Hm, will ich nicht. Aber ja, will ich. Ja, unbedingt. Beginnt mit der Vorführung. Sofort. Kommt näher, kommt näher. Aber nicht zu nahe. Meine Tricks sind waghalsig und gefährlich. Und jetzt bereitet euch auf einen umwerfenden Effekt vor. Seht! Feuer aus meiner Hand. Kreis! Das ist ja auch. Das ist ja auch. Hui! Entschuldigt, Damen und Herren. Das ist mir etwas entglitten. Aber für einen Trick war er doch gut durchgeführt. Danke. Als erstes werde ich jetzt eure Augen täuschen. Ähm... Seht, magentaartig. Kommt schon, Leute. Ich bin hier bei der Arbeit. Und nun, einige Magiekundige beschwören eine einzelne Taube. Aber ich werde einen ganzen Schwarm aus dem Nichts herbeirufen. Seht! Ah, meine Augen! Jemand soll sie achten! Guck mal, das ist gut! Oh, alles nur Illusionen. So ist das Leben eines meister Magiekundigen, Leute. Manchmal überrasche ich mich selbst. Seid bereit, etwas mitzuerleben, das noch keinem Magiekundigen geglückt ist. Zumindest hat es noch keiner überlebt. Passt gut auf. Ich kann das nur einmal machen. Seht! Alakasam! Äh... Alakasum! Nein, das war es nicht. Alakasab! Es war irgendwas mit Alaka. Alakabum! Er hat sich umgebracht. Wie geil, wie geil, wie geil, wie geil, wie geil. Er ist gestorben und alle lachen. Wie geil, wie geil, wie geil. Ah, ja. Super. Ach, Mann, warum kann man mich mit sowas zum Lachen bringen? Egal, ja, geil. So. Habt ihr die Festlichkeiten ausreichend, Genossen, alte Freundin? Ich glaube, ich bin fertig. Ich selbst bin der Feier überdrüssig. Ich sage den Bediensteten, das würde ich euch etwas zu trinken anbieten. Klickt gut. Danke. Tja. So, äh... Dina! Ich will was essen. Ey, du! Huckst du dir alles, was ihr braucht? Habt ihr Lust auf ein Aperitif? Nehmt eure Hände von mir abschauen. Hilfe! Mörder! Banditen! Was? Haben wir mal einen gehelpt? Oh Gott! Geht weg! Halt, ich hab doch ein Schild! Huah! Und ein Phönix! Hier schmeckt mein Phönix! Und natürlich die Feuerwand! Ja! Boah, der ist die vier Schusswaffen-Kippe! Ei, ei, ei! Wie, das war schon. Was hat er für Gegner gewesen? Ha! Das war doch keine Herausforderung. Oh, hi! Oh, he, he! Ähm... Guten Tag! Äh, hier! Hier schmeckt das... Äh, Gott! Feuerwand! So, kannst du da durchrennen? Das kostet sich doch eh nicht! Hehehehe! Ich trick's hier so aus! Oh, Volltreffer! Ich habe Fahren brüllen gehört. Wo steckt er? Diese Schläger haben ihn die Straße runtergezerrt. Sie werden ihn umbringen. Ganz ruhig. Seht nach den anderen Gästen und schaut, ob jemand verletzt wurde. Ich kümmere mich um Fürst Fahren. Hm, okay. Der arme Fürst! Er ist so eine schöne Feier, wo ein Magier explodiert. Äh, bereitgestellt und jetzt sowas. Ach, nein, nein, nein. Wir müssen ihn retten! Achso, hier lang. Ich muss mich beeilen. Aber irgendwie, dieser Platz wird auf Stufe 5 freigeschaltet. Oh Mann. Okay. Hm, hm, hm. Was ist das denn hier? Ach, egal. Wow, ihr seid ihr Gegner! Hä? Äh, warte, warte. Guten Tag. Äh, hier. Hier. Oh Gott. Äh, hier 5. Genau. Tag. Hahaha. Aber immer alles Sünden, ne? Ich habe mir an eh nichts zu tun, also. So. Hier lang? Okay. Vielleicht sollten wir unsere Zauber so aufwahren, dass wir erstmal... Ach, du Scheiße. Guck dich mal die Werte an. Ausdauer, Regeneration, Brennen und... Alter, sowas. Mein Gott, da wird aber einiges berechnet hier. Überraschung! Und dann kriegst du auch noch hier die Feuerwand geschmeckt bekommen. Tun. Hua! Das heißt, ne? Ja. Wo ist denn der andere? Dort. Ja! So, Phoenix Power. Ich mag die mächtige Attacke hier mit den Feuerdingen, Starbooms da. So. Aber damit mal hier was anderes freigeschalten wird, machen wir mal eine Weiswassereinstimmung. Bin mal gespannt, wie das drauf ist. Eisscherben. Feuer, drei Eisscherben auf Gegner. Mhm. Gut. Wo seid ihr? Ah, ja. Okay. Das sieht auch nicht schlecht aus. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Müssen wir uns auf jeden Fall immer wegbewegen hier. So kann man echt gut ausweichen, muss ich schon sagen. Also, gefällt mir die Kampfart hier. Hua! Niemals! Hua! Ach, da läuft er weg. Quatsch, zurückweichen, erfordert Ausdauer. Erwartet, dass sich eure Ausdauer regeneriert, bevor ihr zurückweicht. Okay. Hat sie sich gerade an die Eier gepackt. Habe ich ihnen gerade tatsächlich auf die Eier geschossen? Ach, ist mir doch egal. Ihr müsst euch also irgendwo im Kreis... Ah, hier geht's rein. Valdi, der Säufer. Oh, seid gegrüßt. Hm. Wo muss ich denn hin? Wo ist der denn? Hier nicht. Und warum ist ein Gaunerviertel, bitteschön, im adeligen Viertel? Ach, egal. Diese Logik müssen wir natürlich nie nachvollziehen. Da. Da ist tatsächlich doch was angewiesen. Also, wo müssen wir... Na lang. Hier. Ah, sofort mit Wache. Alles klar. Hier schmeckt mein Eis. Na, du bist gleich tot. Was soll daran Witzes sein? Also, ich würde mich nicht so freuen an meiner Stelle. Ja, da rennt sie weg, ne? Ja, ja, ja. Ihr siegt. Natürlich siege ich. Das ist ein bisschen komisch, wie die ganzen anderen Bürger hier drauf reagieren. Wenn ich hier einfach mal so in deren Mittelkämpfe... Ach, na, ich bin schon wieder so ein normaler Alltag, nicht mal Dieter? Ach ja, Thomas. Ist ein schöner Tag heute, ne? Ja, ich bin so ein Standard halt, ne? Das erlebt man ja so häufig. So. Hier weiter rein, anscheinend. Hier können wir aber nicht durch. Ach so, die Tür dort. Können wir die aufbrechen, irgendwie? Yo, können wir. Aua. Oh Gott. Kommt nicht her. Na. Ihr trefft mich nicht so leicht. Nein, heute nicht. Aua. Vielleicht sollte ich wieder auf Feuer wechseln. Uah. Damit hast du nicht gerechnet. Warten. Mein Feuer ist das mächtigste meines Elements ist. Denn da habe ich einen riesigen... Ja. Deuch, die da runterfällt. Und hier weh tut. Gebt doch. Geht doch. So. Und du dann jetzt auch gleichzeitig, und du Rolle. Sag ich doch. Wo kommt die jetzt her? Hm. Triss nicht. Sag ich doch. Ah. Ah. Wo kommen die denn alle her? Da haben wir Witze, oder? Was für Witze? Ich meine hier keine Witze. Ha, 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 ha. Direkte Feuer stehen ist nicht so gut. Ja, und einfach alles rein. Alles rein. Hauptsache war da schon wieder ein Gegner. Ja, da war ein Gegner. Alles klar. Gut. Das endet wohl hier gar nicht mehr. Hier. Ja. Dann noch die Feuerwand dazu. So muss das sein. Und noch mal der Dolchens-Tode. Saal der Fallspieler. Ah, ein Boss. Also würde ich jetzt mal so behaupten, dass das ein Boss ist. Komm, machen wir mal hier. Feuer. Bingens-Ding da. Extra Schaden. Triss nicht, ne? Na, eben schon. Na toll. Für den Boss droppt er nix. Na, super. Fahren, fahren, wo bist du? Hier oben? Ja. Vielen Dank, ich fühle mich jetzt viel besser. Ja, ich will mit dir sprechen. Ah. Bin ich froh, euch zu sehen. Obwohl ein einfaches Schmarotzer rausgereicht hätte, um mich auf der Feier loszuwerden. Ich werde es mir merken. Irgendeine Idee, wer die Kerle waren oder was sie wollten? Nein. Ich habe nur gehört, wie sie über einen Bauernhof in Schemur geredet haben. Da wollten sie mich mit dem Rest der Geiseln einsperren. Dann habe ich noch mehr zu tun. Ich kann nicht euch retten und die anderen umkommen lassen. Schlechter Stil. Ich bin dabei. Ich bin zwar kein Zentauren mordender Berserker wie ihr, aber ich kann auf mich aufpassen. Wir treffen uns dort. Willkommen zu... Oh. Was können wir denn hier? Plus zwei...